Bei uns ist wieder ein neues Paket eingetroffen und das hier dürfte wahrscheinlich der stylischste Bluetooth-Lautsprecher ever sein. Also mal ganz ehrlich, das Ding hat richtig Style. Sieht aus wie ein Mini-Roboter, auch die Füße lassen sich ausklappen und das Ding macht dann auf den Tisch richtig was her, gibt es in verschiedenen Farben. Anwerfen das Ding, Sound beim An- und Ausschalten ist auf jeden Fall richtig stylisch und auch der Lautsprecher selbst geht absolut klar. Also der Bass ist in Ordnung, hier oben haben wir noch so einen Touchslider für die Lautstärke-Einstellung, aber optisch ist das nochmal eine ganze Ecke besser und RGB-Beleuchtung natürlich dabei.